so ihr lieben willkommen zurück zu einem neuen volk modell manager hier wollen so wir haben unsere lieferung gekriegt immer bei letztem bestellt haben fließen aber wochen ist mein wach und nicht hier man weiß es nicht diesen und dings schicken und dem aber zurück was gut kollegische noch kommt der nächste wo den woch gleich mal ausladen weil ich habe jetzt zwischendurch habe ich mal noch zwei türen bestellt die türen hatte ich vergessen die türen hatte ich vergessen und die habe ich jetzt noch kurz vor der aufnahme habe ich die noch bestellt und habe eine schnelllieferung gemacht und bevor da fertig ist da können wir uns vom wahren wollen ja doch ich hab's doch gesehen braucht man glaube ich nicht mehr oder wir waren noch fertig wo man eigentlich nicht habe ich da hinten nächsten lehrer gott oder oder wo das jetzt so wir können wir nämlich endlich das zweite zimmer freigeben so er doch gibt noch gibt noch ein bisschen zeit gibt mir noch ein wenig zeit und ich weiß nicht wo ich ihn brauchen elix hier war noch mal die antworten oh ich brauche hier und hier auch reihe bei der gold es ist ein kaufsjahr kann mich nicht hin und ist nur fertig ja schon da ein russer schmal und zwei was ist nicht bereit warum der zimmer zwei ach gott ja 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 das ist ja schon freigeben ja sehr gut meine güte habe ich ja nicht freigegeben aber jetzt habe ich gegeben weiß weg ich habe es ja nicht freigegeben jetzt ist es freigegeben und bleibe lege na gut was haben sie da gerade immer ich kann es ja nicht weg gehen nein so moment hier dafür eine person ist das zimmer ist nicht bereit ist bereits warte mal wie stelle ich das ein es ist doch zimmer zwei oder und hier ohne ein schlüssel auf den tisch ich habe ich packte doch dahin bitte moment geduld bereit ich habe das doch wobei das doch fertig oder was fehlt denn da noch ist nicht bereit steht alles bereit handtücher toiletten ach gott ja handtücher und toiletten doch gott das wichtig habe ich vergessen oder so ein kleinkram hier machen hier machen auch wo wo hallo mich allerdings warum auch jetzt ja das schafft man nicht geschaffen nicht auch welches hat man doch im nachhinein dran machen können meine güte ist es denn wir schaffen und das werden wir nicht schaffen ist das werden wir nicht schaffen jetzt ist fertig ja womit man dich was zum acht mensch jetzt ist es doch freigegeben ja wahnsinnig müssen jetzt schon wieder auch schmutzung baumaterial baumaterial das muss was nicht fertig gebaut oder was sagen ich hier hinten ist noch eine fließung wo ist noch her ja weil ich war ja klar gott die priester habe ich natürlich schon weggebracht ja auch ein bisschen ich gehe jetzt in drei fließen gegen drei fließen also dann wissen wir wahrscheinlich dass bett hier ja da sehe ich es auch schon ja ja ich sehe natürlich bitte noch mal wegnehmen ja ja wieso noch gott so wie jetzt jetzt kriegt man das bett oder hin dass das kissen bastel ja das war klar jetzt erstmal herrn ich muss das kissen nein das ist doch weiter ja es tut mir leid ist es ist alles nicht so wollte von mir und was sie fehlt jetzt aber eine batterie muss ja noch platziert werden und auch kunden verloren ja es tut mir leid meine güte alles was sollt ihr wir sagen uns das mit der ganzen kundschaft ja da waren wir auf dem nächsten grunde können wir hier wünschen jetzt eine blöde flieche oder mal schon mal das zum hervorbereiten warum mache ich eigentlich überall die gleichen plüsen ich weiß es vielleicht bin ich die schön man weiß es nicht ja kommt schon nächste grundschaft vielleicht funktioniert jetzt mit grundschaft also reich werden wir ja nicht nur mittlerweile also so wie es jetzt das stand ist und vor allem wie lange möchte der hier drinnen wohnen habe ich das gelehrt bewegt sich doch wie lange möchten ja hier drin wohnen und doch so aber jetzt geht es nur jetzt aber bitte jetzt nehmen oder ich gucke vorher war moment bitte ich gucke vorher nicht das so jetzt und morgen das fehlt ja das ist der fix ja immer das wird ja immer noch nicht bereit baumaterialien immer noch was wieso ist denn das sind das immer noch nicht bereit ich habe doch alles treten deko brauchst doch nicht unbedingt oder finden fehlende notwendige ausstattung keine keine deko bereit hier steht alles bereit was ist denn nur das problem hier ist müssen kreuz bei baumaterialien das habe ich dabei essen hänge ich auch mal den schlüssel wo ist es denn ich war klein wahnsinnig doch ich hänge immer betreue hin so hängt die wobei hin und kann ich nicht mehr hin ja tut mir leid ich habe keine ahnung baumaterialien hier ist doch alles so decke ist fertig das ist fertig hier habe ich den fußboden platz gemacht das ist auch nicht mehr oder ist hier was oder was denn jetzt passiert was denn jetzt passiert die tür habe ich drin das habe ich drin lampe ist drin fußboden habe ich gemacht was schmecken ist da ich habe keine ahnung baumaterialien nur was wird ja ja alles gut tut mir leid baumaterialien fehlt mir auch habe ich euch wo eine ecke vor jessen zu streichen habe ich irgendwas ich habe gewonnen auch gott der streifen also das wäre jetzt so witz oder das wäre jetzt wirklich der witz das wäre jetzt echter witz dass der streifen das war jetzt offen ehrlich wenn das jetzt der streich muss gleich mal rede machen ja nicht bereit sind wir noch baumaterialien heute was fehlte bero die decke und wende ach mensch ja du musst ja auch noch die wände fließen du musst ja auch noch im bad die wände und die decke ach man echt jetzt ich wollte vergessen daran habe ich gar nicht gedacht wir brauchen ja wand fließen das sieht cool aus oder ist das jetzt für büten oder wende das ist von der wende recht jetzt habe ich voll vergessen das habe ich echt vergessen ja ja was war es noch decken brauche ich auch noch kann man dann nicht vorbenehmen für die decke so was nehme ich denn in dem bad das habe ich jetzt an böten genommen das wort das wende das hier ja dann nehmen wir sowas ja doch wisse ich habe zu tun ja ich bin hotel manager und bin alleine meine güte ist doch nicht dass so viele gäste jetzt mit eber kommen und ja ich kann unstabilen ob wir hierhin machen wir beim nächsten mal so mich wasch ja hier fließt haben wir eigentlich schon hätten wir gleich mehr gut das ist aber kompliziert das habe ich habe ich gar nicht auf den schirm gehabt dass die im bad die wende noch machen muss ich kann nicht auf den schirm gehabt wirklich ich habe das bad voll total vergessen naja gut ist ja nicht so schlimm man kann nicht an alles denken da ist es ist dass man da die bände noch machen muss und die decken hoffentlich reicht ja so es war ja klar ich habe wahrscheinlich die parteiwanderung noch mal wegnehmen müssen denke ich mal wir hatten hier eine tür eingebaut weil ich jetzt mal anders um einbauen sollen ja mir ist auch zu lang kann ich aber nichts habe hier habe es einfach vergessen und hier passiert und es reicht und es reicht wird doch nicht ja ich würde ein paket nur noch schnell bestellen hier war doch mal nicht dass man noch hier die decke aber ich denke glaube ich decke nicht nur ist eigentlich reichen die pakete ja da riecht sogar eben paket dann haben wir was für das andere bord so jetzt brauchen wir mal noch die fließen jetzt ist es zu wollen wenn da was hat sich genau ja auch mensch ja schnell natürlich wenn man es nicht vermieden aber wie lange es bleibt denn der und den kann man das euch nachgucken wie lange da drin bleibt noch ach da bleibt noch 16 minuten da drin oder 16 stunden immer sind der spielzeit und bringt da ach so bringt aber gleich entschuldigung bringt man dann noch kleid oder ordentlich cash entschuldigung ich habe mich jetzt verschluckt tut mir leid tut mir echt leid so wo ist es denn ach da kommt wir müssen dann noch mal langsamer kohle machen hier mit den vertreten ja doch ich sehe es doch das ist da bist du brauchst du nicht oben ja warum geh weg gehst du so ja ja es geht gleich weiter ich bin gleich fertig ich kann es gleich vermieden ich beide mich ich beeile mich wo war's denn hier so haben wir jetzt alles ich gucke noch mal tausend mal auch da ist mal gucken müsste jetzt eigentlich alles jetzt gehen wir mal ein ja ich bin gleich fertig gleich geht's los gute damit vielleicht geht's los es ist denn es ist alles jetzt ist alles 100 prozent was also die batte wann habe ich nicht hingestellt gut gut lady ich schaffe es ich schaffe es weiter wann habe ich vergessen hat aber noch bei ersten so hinzustellen ich habe die ballerwelle vergessen so jetzt so nehmen wir das machen dass ich auch ein dresen watchman der guten damen sie haben auch krassen lippenstück der ist ja so für 72 jetzt ist was machst du jetzt wo bist du ja nie vorhänge dran hängt ich will sehen was sie machen macht auch schon gar nicht die kloppe die alten boden ja gleich hinter die tür gelegt hat die poli gemacht so gut wird man schon mal hier fließt eigentlich möchte ich nicht das gleiche jetzt nutzen aber dass sie auch bei der decke machen ja da habe ich ja zwei pakete genommen haben wir es nicht mal ja man sieht sieht man nächste weil nur lampe und so und die geht dann besser jetzt nicht die baum bad und beide waren gut soll ich mal ein durch vorhang noch mal ein oder ja ja dann ist eine meinung oder so ja schon mal sagen bis zum nächsten tag ja mit dem war schlafen okay noch mal schlafen ja weil es war eigentlich auch immer mal morgen schlafen wir mal so jetzt ist es zieht immer noch nicht aus ja da magst du nicht wo sie schon wieder hin also ihn sehe ich immer aber sie ist schon wieder weg naja gott wahrscheinlich mit der tue schöne ja ich habe jetzt nix ich habe nur nix frei ich bin noch beim renovieren ich bin neu in diesem mit je und ja und ich muss thema aufdanken der kommt ab also okay dann ich schicke noch mal weg na ich habe jetzt nix frei nachbarschaft gibt es noch ein hotel da kannst du auch hingehen mit ein tun das ist ja der macht zeitreisen der macht zeitreisen der macht definitiv zeitreisen ja gut ihr lieben schauen wir mal was wir beim nächsten mal machen also ich denke mal ist zimmer hier das zimmer noch weitermachen oder wir machen erstmal hier geschäftskunden und thema danken ja das könnte man eigentlich auch machen und dann das zimmer weitermachen am liebsten würde ich das zimmer jetzt auch noch fertig machen ja guck mal es ist so mal echt das hat auch noch nicht vor wie erreicht und da kann man das andere paket mal noch machen nee ich mache es lieber nicht weil dann wesentlich fähnchen nicht das schwere mache video was ich brauche an fließen ja genau und ihr lieben so bedankt mich für euch zu sehen für eure kommentare für eure likes mega daumen euch viel spaß bei motel manager und auch mein kanal tschüss tschüss